ARD Text im Auftrag von Funk Ja. Ah ja, voll. Muss ich auch mal. Geil. Sind das irgendwie die Hörer-Dings von... ...Second-Geschwind da? Nein, Mann, die sind von Hangover. Die da? Ja, sicher. Die vier von Hangover, Mann. Nein. Was schnarchst du für den Scheiss? Kann ich das Auto ansprayen? Ja, das Auto kannst du nicht ansprayen. Ja, du kannst das nicht. Kannst schon. Also mach. Hast du gesehen? Ja, mega. Was ist da? Schalter. Tabletten. Tabletten. Schablette. Schablette, ja. Einer nach dem anderen. Gehen wir jetzt go killen. So. Wo bist du? Aha. Profizen, oder? Ja da ein wenig und so, was ist da? Ja. Ah, ein Moly. Erste Hilfe. Ein Moly. Du Wixier. Oh nein, 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 nein. Kannst du mir schnell helfen, das wäre ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, du bist. Ich bin angekotzt. Was? Oho. Da hinten, Mann. Oho. Pfeilen am Grin. Oho. Oho. Pfeilen am Grin. Oho. 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 Ohohoho. Boah, du bist voll verflutet. Was ist hier? Ein Messerchen. Soll ich jetzt meine Desert Eagle für das Messer opfern? Nein. Mein Maas. Bist du noch da? Ja, ja. Du solltest das Auto umgehen. Shalom, shalom. Hier hat es noch einen Molly. Für den Oli. Ich kann schon einen. Ich nehme den Molly. Ah, nein. Hier legt es weiter zum Fluss. Der Fluss. Der Zoo ist im Sterben. Der Zoo? Der Zoo ist... Oh, wow, wow. Ja, aber der Bruce schlägt mir die ganze Zeit vor dem Laufen. Du Scheiss-Gorilla. Du wechse, Mann. Und der Fluss. Oh, ich weiss, was jetzt kommt. Jetzt kommt wieder der Boss. Oh, ja, das ist geil. Der verdammter Bosskampf hier. Jetzt müssen wir ihn verdammter ausverteilen. Das ist gröber. Gott verdammt. Weisst du, was ich meine? Nicht so ganz, nein. Das habe ich schon gedacht. Ohhhh. Da, Juri Hütte. Das Game hat schon 300 Mal durchgespielt wie du. Entschuldigung, leider. Nein. Ich habe erst 50 Stunden getroffen. Eben nicht im Ernst. Nein, ich weiss nicht mehr. Krass, Mann. Nein, hast du gestartet? Ja, sicher. Also, kannst du mir hier eine Deckung geben? Das wäre sehr gut im Fall. Ich weiß gar nicht, du bist. Auf der Veranda, musst du hochgehen. Ja. Mega, wo sonst? Oh, hinter dir. Eben, darum musst du mir Deckung geben. Ah, du bist am Schütz. Chanson. Chanson. Hast du gestartet? Nein, ich glaube nicht. Weisst du, was sollten wir noch schnell? Woher habe ich gestartet, Mann? Heilen und so. Jetzt so irgendwo Medi, Medi, Medi. Nein, auch Zoe ist gestartet. Oh, Kalaschenkraft. Munition. Hör zu. Ich muss mich verarzten. Töne nicht gut. Ja, wer hat jetzt gestartet? Munition. Ja, ich habe nicht gestartet. Aber es ist schon lange her. Ähm. Angst, Angst. Mal auf der Veranda bleiben. Also, wer an der Terrasse ist. Ja. Ja. Aber... Irgendwie läuft es vorhin. Tschüss, ne? Anomalyse. Heifersack. Ich sehe an, wie es brenne ich dort. Ja, schlecht. Es läuft voll wenig. Normalerweise geht es da anders ab. Da oben ist ein grosser, grosser Kunde. Wo? Es ist nur eine Gorilla? Ja. Ja, gut. Ah, kein am Grill. Da würde mir vielleicht einer helfen, Mann. Gott, verdammt Idiot. Dieser steht nebendran. Warte. Oh, das bin ich auch gerade. Ich kann nichts machen, Mann. Dieser hilft mir nicht. Ah, jetzt. Ich kann meinen leider nicht bedrehen. Das tun wir allein. Das ist gut. Aber der Luis, Mann. Er ist nebendran gestanden. Er hat nichts gemacht. Das ist voll krass. Oh, grosser. Ich bin tot. Nein. Warte, ich werde wieder überleben. Ich muss schon mal das Medikit reinhauen. Jetzt kommt... Oh, jetzt kommt... Nein. Genau, auf mich kotz der grosser. So, komm. Jetzt kommt der grosser. Und... Ah, da bist du genau bei mir. Nein, verdammt, ey. Gerade, wenn ich am Heilen bin. Du Luis, Mann. Komm mit, du Wixer. Was ist das jetzt? Nein, Mann. Achtung. Ich habe ein bisschen Abstand. Du bist der letzte Verleihung. Johnny. Kannst du mich schnell kommen? Kannst du mich schnell? Schnell. Nein. Ich könnte auch nur ein Brum sein. Lass mich liegen lassen. Bevor die nächsten kommen. Nein, nein. Es kommt niemand mehr. Es kommt niemand mehr. Es kommt nicht auf den Steigen. Wixer. Shit. Ich muss schnell das Uradrenalin reinhauen. Komm, Achtung. Alles gut. Oh, ich brinne. Nein. Nein. Und ich kann... Nein. Das war's. Uuh. Ich bin frei. Ich liegt am Boden. Dann muss mir alles aufstehen. Stehst du noch? Ja, ich habe noch zwei Leber. Nein, jetzt findest du. Oh Mann. Ja. Ja, wir müssen ein wenig zusammenbleiben. Wir machen jetzt noch einen Versuch. Wir müssen... ...dorben am... Ich weiss auch nicht. Ich glaube am gescheitsten da oben hocken. Und ein wenig zusammenbleiben und so. Ich versorge dich. Schau dich besser aus, Zoe. Ja, so. So, wo geht's denn? Scheiße. Da hinten, oder? Ja, oder? Ich sterbe. Komm mal raus. Hey. Vorsicht! Ihr grusiges Ehe! Schlobomben! 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 Ei, ei, ei! Weisst du was? Du verdammt Moushi. Komm, gib dir das verdammt. Oh! Oh, ich habe mich so... Ich habe eine Zunge, Zunge. Ich weiss, ich wollte so heilen, aber ich habe mich selber geheilt. Ja, das ist schon gut. Die ist eh behindert. Ja, aber ohne die zwei schaffen wir es nicht. Aber grosser! Achtung, geh zurück! Fuck! Yes! Kommt, bevor die rüber fallen. Dorthin kommen wir uns heilen. Vielleicht ist auch hier noch etwas. Oh, Laser-Visier! Hey, seht mal! Oh, hübsch! Hier geht es weiter zum Fluss! Überhöhere Ziele genau, ich glaube. Jetzt kommt doch wieder so ein Höher-Gross-Zieh. Nein, den haben wir jetzt gerade gemätzt. Aber da oben ist doch noch einer. Ja, ich glaube es nicht. Nein! Zunge! Nein! Ich bin zu dir plötzlich alle her! Jetzt ist sie gestorben. Sie ist tot! Sie ist weg! Weg! Und wir sind wieder zu drück, zu drück. Ja, die ist sicher gut da vorne. Also, wer auch immer mehr die ganze Zeit zurück schiessen, könnte schon aufhören damit. Ja, das wäre glaube ich. Ja, das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Und du eine Trottel, ey! Munition! Hey! Ist die ja nicht dumme, Mann! Kann ja nicht sein, oder? Wärst du nicht dumme? Ah, die Frau? Ja! Hast du schon wieder gestartet? Ja, sicher auch! Also, gehen wir hoch! Jetzt kannst du gerade noch einmal... Also, es geht los, ja! Ja! Willst du einen Sur-AM geben? Ja, das ist ein bisschen geil, Mann! Lassen wir es lieber nicht! Nein, das ist gut im Fall! Okay! Ich muss einfach ein bisschen Deckung haben! Ja, warte schnell! Ich rühre da noch... ... die Kanister runter. Vorsicht! Vorsicht! Ich bin bei dir! Ja, komm wir! Ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Oh, keinem drin! Einem drin! Kann ich nicht machen! Hey! Schon wieder kennenzulernen! Diese Wuren Trottel ist auch schon da! Ja, komm, das kannst du nicht bringen, dass wir es nicht schaffen! Ja, komm, das kannst du nicht bringen, dass wir es nicht schaffen! Ja, komm! Bruce, ich sehe! Hinter dir, Bruce! Mann, du hast eine Reaktion! Nein, wie ein Toastbrot, Mann! Das Trostbrot! Das Trostbrot! Wo ist er? Er ist dumm und hat einen am Kopf! Heil! Was ist das? Einen Riesenhurt voll drauf! Oh! Ich muss mich mal anständig! Kann sein, dass etwas grosses werden würde! Oh, ich bin ein Toastbrot! Kann sein, dass etwas grosses werden würde! Oh, ich bin ein Toastbrot! Der kommt jetzt gerade, der verhandelt sich! Oh, ich habe... Hallo! Oh, das ist so ein Wichser, Mann! Bis dahin mal reagiert, Mann! Oh, da ist so ein Rekotztrott! So ein Rekotztrott! So ein Rekotztrott! So ein Rekotztrott! Ja, was ist das? Hier unten irgendwo... Ah, oben! Nach dem Stein! Wo? In der Hinn kommt er! Ah, oben ist er! Ah, oben ist er! Ah, oben ist er! Fall drauf! Sollte einer geschützt oben sein, Mann! Na ja, dann weg, Mann! Du musst weglaufen, wenn der sich kommt! Ja, wieso stirbt die Ratte niemand? Gott, verdammt! Wenn du vor dem stehst und ein Magaziniger in deinem Haus hast, solltest du dich sterben? Nichts! Das ist schon Dinosaurier! Ja, klick, Mann! Dinosaurier sterben, Mann! Ja, verarzt mich! Ja, verarzt mich! Komm! Das sollte fürs Erste reichen! Wir haben alles selber am Rekotztrott! Ja, aber ja! Komm weg, wir sind da gekotzt! Stinkende, hässliche, blöde, grusige Dichsereide! So, schau mal, wie lange das noch dauert! Bis das euer Boot kommt! Komm, weisst du? Soll ich, dass ich heile? Oh, hier unten, Grosser! Nein! Soll ich mir die Packen so einen euer Trottel vergeben? Wer? Hat es noch mehr, oder was? Nein, ich kann noch eins. Letzt! Schau mal, weisst du! Hinter dir, hinter dir! Wo kommt der Mali jetzt her, Mann? Kommt plötzlich Zeug auf, ne? Achtung, muss er nur auf den Job! Gemetzel! Boast! 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 So! Lade nach! Wieder ein Gorilla, musst du schauen! Hier oben kommen wieder ein paar. Haben wir noch Mali? Was ist da Mali? Ja! Genau! Das klingt, oder? Nein! Aufhören! Nimm den! Aufhören! Gott, ey! Aber der ist sicherlich so geil! Das ist ein riesiger Mungo, dazu kommt. Wieso soll ich das? Achtung! Achtung! Ja, das ist ja ein Wichser! Wieso schaust du gegen die Wand? Ein Zombies kommen nicht alle in die Steine drauf und der schaut in die Säcke rein! Also, die Gorilla kommt! Ich habe kein Leben jetzt, warte, wir müssen heilen! Ich muss mich verarzten! Wir sollten nicht raus von da, sonst macht er uns... Ich muss eh schnell den Muni holen! Munition! Sehst du ihn, Ru? Nein! Aber es vibriert alles, man! Das ist in der Nähe! Ah, da! Es ist unten im Haus! Da, da, da! Weg, 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 weg! Nein! Hallo? Hallo? Nein, ich habe keinen Mund mehr! Ich muss runtergehen! Oh, dass ich ein Schlägerlaufe! Oh! Wo ist er? Hier! Hier unten! Jupp! Jetzt kann er gerade raufgehalten! Hinter mir! Hier unten, gerade! Störst du ihn? Ja, er stört! So, jetzt kommt er sicher das Schiff! Nachdem wir hier auf dem Boot stehen, gell! Okay! Jetzt kommt noch mal ein Horde, Mann! Der Tobel! Und da! Oh! 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 Oh, oh! 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 Ein Zungen und ein Wichser und... Kannst du auch kurz sagen einen Zungen-Wichs. So, nein, warum brennen? Ich kann es leben. So brennen nicht alle. Komm da rüber! Ja, ich würde gerne, aber es ist gerade etwas schwierig. Ich bin so etwas anders kurz vor dem Sterben, Mann. Warte, ich gebe dir noch etwas Adrenalin. Fette, Achtung! Ich habe Zungen oder irgendetwas an mir. Und ich brenne und ich werde auf allen Seiten beschlagen. Du bist lachend. Komm, Mann! Bewege deine Arsch! Ja, Mann! Ich werde Weischen geschlagen und bin angekopzt. So geil! Los, 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 los! Achtung! Oh, Glück, Kai! Oh, die Sauhunde! Scheisse, Mann! Wieso ein Schiff-Scooter? Ein Fisch-Scooter? Ein Schiff-Scooter? Ein Schiff-Scooter? So, und jetzt? Yeah! Haben wir es geschafft? Ja! Ah, krass! Alles, ne? Huurgeil! Yeah! Sie sind gestohlen. Achtung! Ja, selbst schuld, Mann! Die blöden Sieger, Mann! Kopf-Time! Ja, voll easy, also! Ja, gut! In diesem Fall knallen wir den zweiten Teil in! Ja, iiiiih! Ja, iiiih! Die Leute draußen wollen das sicher gesehen! Ja, iiiih! Hahaha! Also! In diesem Fall! Servus! Ciao, ciao! Saat hairdo! 3 Dat